Kita Campus Praxistipp Hallo, heute möchte ich Sie zu einer Geldausgabe überreden. Und zwar sollen Sie Geld ausgeben für Holzmalstifte in Hautfarben. Das ist ein Beitrag zu vielfältigem Spielmaterial. Und mit diesen wunderbaren Holzmalstiften ermöglichen Sie den Kindern, verschiedene Hauttöne, Hautfarbtöne wahrzunehmen und sie dann auch entsprechend darzustellen, wenn Sie ein Bild malen wollen. Sie können hier, glaube ich, ganz gut sehen, das ist ein Paket von zwölf Stiften und immerhin in zwölf verschiedenen Tönen kann die Hautfarbe dargestellt werden. Und wenn wir in übliche Stiftsammlungen in Kindergruppen reinschauen, dann finden wir, glaube ich, oft nur sehr wenig davon. Also es ist eine Anregung, den Kindern schon mit alltäglichem Material zu verdeutlichen, dass die Welt und die Menschen vielfältig sind und es sehr viele verschiedene Hautfarben gibt, deutlich mehr als zwölf. Aber immerhin mit diesen Stiften ist es den Kindern möglich, die Menschen, die sie malen wollen, auch so differenziert darzustellen, wie sie eben sind. Viel Spaß damit. Tschüss.